Hallo und herzlich willkommen zu Türchen Nr. 10 im Rechtssalat Adventskalender 2021. Bevor wir mit der heutigen Definition starten, empfehle ich dir, nachdem du dieses Video geschaut hast, einmal auf der Webseite von Staatsexamenplanb vorbeizuschauen. Diese findest du unten in der Videobeschreibung, denn dort erfährst du, welche Möglichkeiten du hast, dir die Leistungen, die du im Jurastudium erbracht hast, bestmöglich anzurechnen. Des Weiteren kannst du dir natürlich auch sämtliche Videos anschauen, die ich zusammen mit Philipp Mollenhauer auf diesem Kanal hier gedreht habe. Ich verlinke dir die Playlist mal hier oben. Wenn du auch nochmal erfahren möchtest, worum es hier in diesem Gewinnspiel geht und was du tun musst, um am 30.12. eine Chance auf einen der tollen drei Preise zu haben, dann schau dir auch gerne das Video an, was ich dir hier oben verlinkt habe. Nun lasst uns aber starten mit der heutigen Definition. Heute definieren wir die Umdeutung. Die Umdeutung ist die Umwandlung eines nichtigen Rechtsgeschäfts in ein wirksames Ersatzgeschäft, bei dem die rechtlichen Folgen, die von den Parteien beabsichtigt gewesen sind, durch das wirksame Ersatzgeschäft herbeigeführt werden. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis morgen. Musik 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 Musik